Herzlich willkommen zu Dental English To Go. Ich bin Sabine Nemecz und ich lade euch ein, mit diesem Podcast euer Englisch aufzufrischen. Ich möchte euch zeigen, dass es ganz leicht ist, sich im Praxisalltag auf Englisch zu verständigen. Jede Woche schauen wir uns eine bestimmte Situation in der Zahnarztpraxis an und trainieren die passenden Vokabeln und die richtige Aussprache. So, hier ist Ihr Weekly Dose of Language Refresher. In heute's lesson, wir sprechen über Schade-Tage in dentistry und wie zu kommunizieren mit Ihren Patienten auf diesem Thema. So, wir beginnen. Dental Restorations müssen funktionierend und aesthetisch gut sein. Zahnersatz muss funktionell und ästhetisch ansprechend sein. Die Auswahl der richtigen Farbe ist wichtig, da die Patienten eine perfekte Übereinstimmung mit den vorhandenen Zähnen erwarten. Ästhetisch has gained importance among both dentists and patients. Patients do not need any dental education to see that the color of their restoration is off. They recognize problems with the shade as easily as any dental professional. Color Determination is generally considered rather difficult in dental practice. Something else to consider. The patient's level of satisfaction may differ from that of the dentist. Human teeth are not just one solid color, from the free gingival margin to the incisal edge. Aesthetic dentistry imposes several demands on the artistic abilities of the dentist and the technician. For this reason, knowledge of the scientific principles of color is essential. Informing a patient on shade taking. The human brain can identify nearly one million shades. Human dentition shades differ significantly. Electronic devices can identify about 100,000 dental shades, while the human eye can identify only 1% of these shades. Describing and communicating shades precisely is a challenge. Therefore, three dimensions are used to describe color. Hue, value, and chroma. Hue describes the main shade of the tooth. For example, more reddish or yellowish. It enables the dentist to distinguish between the different families of color. Value defines the lightness of a color. Chroma, the degree of color saturation, distinguishes highly saturated colors from less saturated colors. As people age, the enamel becomes thinner, exposing more of the underlying dentin. Furthermore, repeated consumption of certain foods and beverages can stain teeth. Smoking can darken the shade considerably. Older people tend to have yellower and darker teeth compared to younger people. We will start shade selection at the beginning of the appointment to ensure best results. Shade taking is best done under balanced lighting or with natural daylight. We will evaluate shades under different light sources. Bright colors have to be removed from field of view as they influence shade matching. Please remove makeup, lipstick, and tinted eyeglasses. We will cover your clothes with a drape. The teeth to be matched need to be clean. Any stains have to be removed by a prophylactic treatment. Shade selection will last between 5 to 7 seconds to avoid eye fatigue. Please look in the mirror. Which shade do you prefer? In order to achieve good aesthetics, both conventional and digital shade systems will be used during the shade selection process. Here is your overview of the vocabulary of this week's lesson. To describe, to describe, to describe, to describe, to prefer, to prefer, to ensure, to ensure, to darken, to darken, verdunkeln, abdunkeln, to tend to, neigen zu, tinted, getönt. Lightness, lightness, helligkeit. Drape, abdecktuch. Stains, flecken. Eye fatigue, ermüdung der Augen. Das war unsere Lesson für diese Woche. Nächste Woche schauen wir uns die Herstellung einer Prothese an. Wenn ihr noch mehr Dentalenglisch trainieren wollt, empfehle ich euch mein Buch Dental English, erschienen im Quintessenz Verlag oder auch die Monatszeitschrift Teamjournal. Hier findet ihr in jeder Ausgabe eine Übung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Es gibt jeden Montag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auf Instagram oder an podcast.twintersenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage goodbye and see you next week. Das war Dental English To Go mit Sabine Nemetz, der Englisch-Podcast für den Praxisalltag. Ein Quintessenz-Podcast. Das war Dental English To Go mit Sabine Nemetz, der Englisch-Podcast.